herzlich willkommen zu diesem video screenshots am smartphone in diesem video erfährst du was ein screenshot ist und wie und wozu man solch eine bildschirmkopie mit einem smartphone handy erzeugen kann und zur anwendung des erlernten gibt es natürlich last but not least übungsaufgaben eine übungsaufgabe um genau zu sein ja gehen wir gleich rein was ist ein screenshot beim screenshot handelt sich erlässlich um nichts anderes als ein foto von einem bildschirm das heißt von deinem display am handy auf deinem smartphone und mit dem handy kann man also dann eine bildschirmkopie oder bildschirm hardcopie machen und wie das geht zeige ich jetzt gleich angefangen von android handys bis hin zum apple iphone und da geht es aber für sich immer auf eine recht vergleichbare art und weise in der regel nimmt man immer dann eine power taste das heißt dort wurde ein und ausschaltet ist und drückt dann gleichzeitig eine andere taste und beim apple iphone es ist eben dann die power taste ein und aus taste und die home taste und bei den hier angeführten android handys drückt man ebenfalls die power taste aber hier dann eben die lautstärke leise taste gleichzeitig und schon wird dann von dem was gerade auf deinem handy auf den smartphone zu sehen ist wird ein screenshot gemacht und der landet dann letztlich in deiner galerie und ich zeig dir jetzt mal ein beispiel von so einem screenshot hier habe ich eine foto app genommen und habe dann hier eine screenshot gemacht das heißt ich habe in den wald hinein ja gedeutet wollte hier ein foto machen und habe dann für ein anderes video das dann an einer stellte anschauen kannst habe ich hier dann seine screenshot gemacht und da kann man dann sehr schön zeigen was man hier vielleicht bei dieser app und smartphone hier alles einstellen kann also ganz einfach vielleicht noch mal zurück power taste bei apple iphone power taste und ein und aus taste gleichzeitig und bei den android handys die hier angeführt habe power taste und gleichzeitig die lautstärke leise taste und schon hast du hier die entsprechenden aufnahmen und wie vorhin schon angekündigt hier noch eine aufgabe damit du das dann gleich mal gut ausprobieren kannst machst wie ich nehme starte eine kamera app die auf dem handy schon installiert ist und macht dann eine screenshot werden auf ein bestimmtes motiv dann zielst dann hast du einerseits den screenshot und macht danach dann ein tatsächliches foto vergleichen die fotos und du wirst dann natürlich feststellen dass du auf den screenshot fotos natürlich nicht nur das was du hier auf fotografieren wolltest draußen außerhalb deines handys sondern dass du jetzt auch zusätzlich noch so diese menüpunkte und dergleichen hast ganz geschickt um andere vielleicht auch dinge erklären zu können ja danke für deine aufmerksamkeit und schau dir dann noch die anderen videos an dich in dieser reihe gemacht habe zum thema smartphone fotografie bis zum nächsten mal danke